Wir sind soweit. Juhu! Let's go! Okay! Kann losgehen. Ich glaube, es hat funktioniert. Die beiden Controller funktionieren. Die Player sind erstellt. Ja. Und wir können loslegen. Und der Kurs könnte recht interessant werden. Wir kennen ihn beide noch. Ja eben. Wir haben gar keine Ahnung. Ich habe ihn nur gebaut. Äh, wo sind wir denn? Hier. My Courses. So weit. Jetzt. Genau. Ich habe aus hoffentlich ein paar Fehlern gelernt. Ist der echt schon so oft gespielt worden? Aber das war ja schon letztes Mal gespielt haben, oder? Nee. 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 Der ist wesentlich bewaldeter. Und mit mehr Viechern und so. Schon Wasser. In Arrivals gibt es hier doch noch nicht. Aber egal. Los geht's. Ja. Hallo da und willkommen zum Golfclub. Wir beginnen mit diesem lieben Par 4. Hm. Er stellt sich nicht mehr vor. Hast du das schon mal festgestellt? Hat er gerade nicht? Nee. Der hat sich gerade nicht vorgestellt. Außer ich habe es verpasst. Hm. Das werde ich recherchieren. Ich dachte schon. Hallo. Hallo! Hallo, mein Herrsdron. Willkommen in diesem lieben 4park. Hm. Lovely. Ich drive mal die. Ich will es nochmal sehen. Los geht's. Let's go rauf. Solid Swing on that. Looks like you'll be in the short stuff here. What? Nein. Ah, nein! Scheiße. Okay, well, you ended up in the rock. Sorry, nicht ohne. Doch, doch. Ich hab hier nur nicht weitergemacht. Geht schon. Zu. Hm? Ja, zu blöd. Das fängt ja schon mal gut an. Oh, nein. Iiii. Das ist zu laut. Ja. Wo sind wir denn? Okay. Okay. Das war so gut. Danke. Ja, scheiß, die Wandern. Ja, shit, ey, man. Das geht ja schon mal gut los. Oh, das ist ein Bunker. Nein. Ja, der ist natürlich. Nein. Oh, je. Ja, leck mich doch. Geil. Aufhören. Das ist ja furchtbar. Das ist ja super. Was für ein Scheißplatz, ey. Wir hatten den Mist verbrochen. Das ist ja endlos scheiße. Oh, das finde ich klasse. Bah. Doch, das ist super. So ein mieser Kurs. All green, but you still got a lot of work to do. Mann, ey. Was haben wir denn da? Mhm. Ach, hier. Äh. Oh. Man, fertig. Okay, du bist. Und ich hab einen drüber. Oh, Mann. Oh, Mann. Hallo, Zuschauer. Little 640 here, nothing too scary. Nothing too scary. Ja, okay. Äh. Ja, okay. Hm. Man kann's auch über... ...analysieren. Hm. Oh, was lucky. Äh. 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 All right, about a three-footer here. Oh, Gott. Ich stelle dich nicht gut an. Du bist dran. Oh. Scheiße. Fuck. Ich dachte, das wärst du. Oh, dieser Moment. Es tut mir leid, liebe Zuschauer. Äh. Komm. Ich bin der Brunten hier. Ja. Das war brillant. Deswegen zieh ich mich ja immer so an, auch vielleicht an. Ja, schizzle. Okay. Ist ja gut. Bam. Bin zu sehr geschockt, dass du schon zwei voraus bist. Es ist entsetzlich. Ja, der erste... Jetzt mach aber du mal. Der erste Schlag war aber auch grandios. Also tut mir leid. Da bitte. Der war ja zu geil. Wir haben einen Dogwack. Ja. Warum sind da keine Bäume? Scheiße. Ich dachte, ich hätte da Bäume hingemacht. Hm. Ne. Äh. Na gut. Hm. 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 Direkt drauf geht nicht. Also. Ach komm, was soll der Geiz? Es ist lustig. Echt? Ja. Boah. Vielleicht hab ich doch die Bäume so platz. Ich weiß es nicht mehr. Wenn, dann wär's gut. Boah. Im Ernst? Ach ja, wegen des Windes. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Äh, ja. Ich stehe korrekt. Es ist die Dünste für dich. So schlecht oder das nicht? Nee, eigentlich war das gar nicht übel. Ich fand das toll. Du hast ja doch den Baum getroffen. Also müsste ich so machen. Boah. Vielleicht bin ich hier doch glücklicher. Also war auch der Baum. Cheerio. Nice. Oh, ja. Der Topf. On the green. Ja, bisschen zu weit. Ich brauche hier so ein Baumheim. Aber auf dem Grün zu sein ist auch schon gut. Und das möchte ich nicht pitchen. Das möchte ich floppen, bitte schön. Genau, 30 Yard. Passt, genau. Ja, also hier rüber. Ein bisschen weniger. So ist gut. Das sollte ein netter Flop werden. Schreck. Oh, ich habe Durst, ey. Ja. Wir haben mal wieder scharfe Pizza gegessen, beziehungsweise du, eigentlich nur normale. Ja. Und jetzt habe ich voll den Brand. Eifel. Okay. Oh. Wenn der reingegangen wäre, der wäre der Eis, die durch die Nase geschossen. und bei mir ist Schnurrgrat, oder was? Im Ernst, da rührt sich nichts. Da ist gar nichts. Da kriecht einer, aber der kommt nicht rüber, oder? Der beeinflusst mich. Na, nee. Oh. So. Jetzt. So. Okay. Und es ist 1 unter der aktuellen Lieder. Okay. Okay, hier geht's. Oh, jetzt wird's nice. Oh, 1 in 1. Ähm, ja. Aber hast du den Pupp gesehen? Ja, ja, ja. War ja richtig doll. Ja. But it just didn't drop. Ja. That was going to be Magnificent. Yay! 2,65. Warum will er mich denn da hinsetzen? Und vermutlich brauche ich ein bisschen weniger. Warum muss ich das jetzt hier vormachen? Oh, schnell. Ja, ich hab's auch schnell gestellt. Okay. O, jetzt geht's. Aufregende. 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 Woffend. 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 Ah, das ist eng. Okay. Das ist draußen, ja. Ah, meine Chance, gleich zu ziehen. Achso, ja klar, du bist dran. Ein Chip auch noch. Ah, mach einen Flop. 30-Jahr-Flop, das geht. Ich weiß nicht, ich komme gar nicht zu mir. Weil du gerade ein zu schweres Eil... Ja, ein 35er gibt es auch, hey, na dann. Probier mal aus. Ich sollte keine Tipps geben. Ah. Oh. Oh, Gott. Oh, Gott. Das war gut gemacht. Der wird ja fast. Ja. Ne? Der Flop kann schon was. Aha, hier geht es. Oh, 45, ey. Geht es rauf oder runter? Nix. Hier ist was. Da geht es ein bisschen rauf. Hm. Okay. Oh, das war es jetzt hier, oder? Äh. 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 Ja, es ist... Wir sollten TGCtours.com ausprobieren. Da geht es wohl im Golf, ne? Ich denke mal. Äh. Äh. Oh, mein Gott. Äh. Ich bin so... Und wir sind alle zusammengekriegt. Well. Wir sind sogar. Mist. Ah. Ah. Okay, wir gehen. Okay, wir gehen wir. So. Puh. Ich schung mir eine Frechheit. Boah. Das war jetzt hard work. Ich habe keine Tiere gesehen. Dann guckst du nicht gut genug. Ich glaube, da war was. Das war ein Klohäuschen. Nein, dahinter. Da habe ich die ganz gerne hingesetzt, glaube ich. Die Klohäuschen. Ja. Außerdem ist es okay. Ich habe es arg dunkel gemacht. Ja. Okay. So weit, so gut. Wo geht es hin? Ins Knie. In den Bunker. Es gibt sowieso Wind. Okay, ich hoffe, ich hoffe es ist da oben. Es ist doch ein Mist. Da ist... Oh. Es ist ein Website, das hosts PGA und European Tour Events. Es hat über 3000 Mitglieder von allen Abilitäten. Ja. Oh. Ja, danke. Ich werde das checken. Oh. Es war definitiv nicht solid. Es war nicht. Oh. In den Ruf. Ruf, 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 ruf. Äh, 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 äh. Äh, äh. Mann. Okay. 74 Prozent. Ma. Hm. 73, das geht. Ja. Nee. Okay. Uff. Ja, ist doch scheiße. Ja. Ach, komm. Bunker. Braucht kein Mensch. So. Hm. Cheers, Maud. Warum? Danke, John. Ich... Ich glaube, du bist schon wieder eins weiter, ne? Was hast du getan? Nichts Gutes. Oh, du bist sogar immer noch. Ja. Ah. Na ja. Boah. Stopp. Meck aber. Okay, the lights sit not pretty good in the rough. You might be able to take a nice swing. Äh, ein mehr. Hm. Sieh mal halb. Und... ... 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 Es ist okay. Ja, ja. Ach, und jetzt hier umgekehrt. Aber unwesentlich. Okay. Oh, Mann. Oh, Berti. Oh, ist es? Nein! Ouch. Oh, 53 Germans. Almost had a birdie there. Just what it meant to be, I guess. That much. Okay. Well, you could have had a birdie there. I think you know that. Yeah, me too. Yeah. Next time, those ones will drop. And we're all tied up with one under. Kopf an Kopf. One under. Puh. Das vierte. Also, ist schon gut bis jetzt, oder? Ja. Was haben wir jetzt? We're all tied up on this Tee now. Oh. Wieder einer. Muff. Hole in one. Da geht's rein. The pit of Sarlacc. Okay. Let's pop this. And blow. Ich mach einfach. Der Wind. Ja. Sollte. Hm. Okay. Die. Lookin' good. Oh. Ich war zu weit links. Ja. Der Wind macht nicht viel, anscheinend. Your turn. Hm. Oho Oho Auf einen noch einen Sekunden Beauty Oho 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 Jaaaa Und wir putten von Oh scheiii Oho Oho Fuck Ah Nein Ah 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 Auf geht's auch noch Oho Ahhhhh We're cutting from around 16 feet out Eh Sorry Ahem Oh Mietz Mietz Das ist die Katze zu schreck I'm scaring my cat Mau Mau Oh! Almost got that birdie! Maybe next time? Okay, moving along. And our current leader sitting at two under power. Okay, you are in the lead. Just so you know, no pressure. Danke, John! Ruf hier auf dem Berg. Huh? Was hat mich geritten? Okay, hm. Nothing more? Hm. It's looking good. It's okay. It's okay. Alright. Let's put this in the fairway. Oh, can I have a cigarette? Hi there. Hello. What's so sweet. Looking at a 210 or so yard shot here. Tja. Reicht das? No. Okay. I mean, is it there with it? That it's out there? Hm. 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 It's the right. It's the right decision. Hold on. Hold on. Wait! Hold on! Hold on! Hold on! Ich hole jetzt erst noch ungefähr 15 Yards. Vielleicht nehme ich doch den und pinze den nur rauf. Ha, das ist voll der Trick. Der geht ja gar nicht rauf. Nein, was habe ich getan? Ich mache einfach so. Jetzt dresche ich drauf. Mach. Wie ein Irrer. Pass auf. Eine Meile von der Seite. Das macht nichts. Und jetzt rauch es gleich hier. Pass auf. Komm schon. Schups. Möp. Ein bisschen zweit links. Ja. Aber warum? All right. Du bist auf der Green. Du hast viel Arbeit zu tun. Aber du bist auf der Green. Ja, total gut. Das war ganz schön. Ja, das war wahrscheinlich nicht. All right. This next one's for Birdie. What do we have here? Sachte. Reicht das? Ah, so vielleicht. Alkohol 30. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 29. 29. 29. 30. 29. 30. I'm glad you dropped that one. That's your bogey. Well, let's get out of here. Jetzt verkack dich wieder. Hör auf damit. Ja. Ja, zwei Punkte. Two points. Ja gut, da haben wir schon... Wir haben schon Abstände geklappt. Bap! Goes the Weasel. Ne. Okay. Äh... Aha. 260? Das geht nicht. Aber das geht. Oder? Uh. Hä? Das sieht ja fast aus wie das andere. Piu. Ne. Ach, was soll's. Kann ich nochmal... Hm. Na, zu weit. Oh. Oh. Uh, deep breath. Öh. Äh, du merkst. Du weißt jetzt wie es geht. Kannst du mir wirklich angucken. Ja, ja, klar, natürlich. Weniger Power halt. Ah, da ist... Ne. Äh, mhm, mhm, mhm. Da... Pfff. In dem Baum. Ja, bitte. Bitte. Es ist dir turn. Oh. 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 Weißt du, da habe ich aber weiter neben gezählt, ne? Und so viel Wind war jetzt auch wieder nicht. Oh Gott, wo bin ich mehr? Äh, Walachei. Aber... Freie Bahn? Pimpen, Mann. Der Umut mag mein Mond. Uh-huh. Pfff. Du wirst nicht mehr? Und ich habe... A lot of work zu machen. Okay. Dann kommst du da aus, Green. Ja. Uh... Noch ein Sekunden. Pottent. Pfff. Ja. Oh. E, 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 e. Stop! In the name of love. Before you break my- Take it over. Oh, ich bin dran. Ah, schon wieder. Wo geht das hier hin? Das ist ja zickzack. Aber die oberen sind schneller. Und nach links. Oh, ja, muss... Ach, ist das ätzend. 52. 53. Ja, ja, ja. Ja, nice approach. For the bird. Bird. Of the bird. Ich hab mich nicht gelobt. Ah, mit der Ballaschneid? Ehh, ein Punkt. Alright, let's let her ripen. Uh, ja. Sieht aus wie in Teneriffa. Oh. Bloß in hellen Besteinen. Daran hab ich mich jetzt nicht orientiert, aber... Naja. Ist da hinten... Ne, das ist nur ein Busch. Was? Ich dachte, ich hätte ein Tier gesehen. Verdammt! Sind die scheu? Naja, also wir hatten ja auch schon Kurse. Da standen die Milken... Ja. Oh, du bist... Ja. Ja klar, du hast ja was gemacht. Na ja, da sind dann die Steine. Oh. Na eben. Buff. Hm. Das muss ich mir merken. Uh. Das war nix tolles. Naja. Ich weiß auch nicht... Warum ich jetzt ab und zu verreise? Also so übelst verreise. Weil das ist ja so gar nicht mein Manier eigentlich. Wo war das? Hier die Richtung. Ah, doch, doch. Ich glaub das hat schon hingehauen. Ja, ja. Hm. Machen wir es mal lieber so. Ja. Bei der Scheune. Ja. Hm. Nice. Should be in the fairway. Ja. Ja. Okay. Ich. Dann machen wir mal. Buh. Also... Hui. Hm. Ne. Verdammt. Aah. Shit. Ich hab's verrissen. Okay. Egal. Ich mach jetzt. Bite. Sweetie 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 in der ja fast Ja. Ja, 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 oh! Oh! Bird! Yes! Wow! Ha, ha. Ah, awesome. Ooh. Eh? Too wenig. Ah, nein! Oh, so close. Oh, shit. Let's move on. Wo sind wir denn jetzt? Ach! Ah! Thief! Okay, it's time to send this ball on its way. Jetzt geht's nach Südtirol. Oh, ein Tier. Nein! Ein Adeler. Ja, ey. Hm? Wow! Das wievielte Loch ist das denn jetzt? Weiß ich nicht. Oh. Okay. Gut, gut, gut. Also... Oh. Hm. Ja, sonst kugelt der Ekels wieder runter. Ja, und der Bonker natürlich. Äh. What? Warum hast du nicht den Driver genommen? Das ist eine Beauty. Weil... Das sag ich dir, wenn du fertig bist. Ach, gab's der Cooler drunter. So have a nice Drive out on this one. Weil... Das sag ich dir, wenn du dran bist. That Drive was crazy. Oh, so. Coco loco. Okay. Dann hat das nicht so ein Gefälle. Mist. Schade. Na ja, von... Guck mal. Ja, das ist... Das ist nichts. Nichts gut. Und das ist eng. Ja. Hi, Woman-Golfer und Man-Golfer. Hi, I am Bright. Hi. You're doing some crazy golf here. Sorry, you missed a lot. Ja. Ja, ich muss jetzt hier. Okay. Okay. Hier geht's. Nein. Nein. Na ja. Äh. Okay. Hier geht's. Nein. Hätte ich das gewusst? Das ist ja... Im zweiten Schlag? Nee, oder? Ja, ich auch. Ja, ich würde sagen, über 110 Meter oder so an der PIN. Ja. Ja. Great Kontakt. Oh! okay for the birdie here yeah who okay okay aber ja er liegt gut okay for the birdie what what oh oh let's do this okay near an and you're in the hole with a nice okay this one to say par and uh hole number 10 coming up here wo ist die spring ja genau was die spring sprung stran 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 schien 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 per easy also ja ich hätte gar nicht gesagt okay ne nice schöner bunker olvid schien oh schien schien ho oh schien 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 Okay. So. Hm? Nein! Warum? Shit. Oh, hart, ey. Oh. Oh, nein. Ugh. Äh. 69 Prozent? 66? Was? Kennst du das komische Lied noch? Äh? Hm. Es ist doch die Meldung. Äh. Ja. Okay. Ja, im Leben nicht. Hm. Na hier. Oh, nein. Errollt. Ja, ich weiß. Kann man hier nicht. Ich weiß es nicht. Ah, doch. Muntime. Nice. Oh, nein. Er rollt. Ja, nein. And from here, we're right around 170 yards out. Yee. Hüpfch, mein kleiner Ball. Ich brauch mehr. Reift das? Äh. Ja. Schon wieder nicht so solide. Hüpf, hüpf. Brav. Guck. Ist doch alles wunderbar. Ja. Pitschen? Pitschen? Floppen. 30-Jahr-Flop. Ja. Und weniger Power. Schon wieder. Ja? Ja. Hm. Hm. Geht wo? Ja, ja. Oh, oh. 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 Ja, da geht's so. All right, 34 feet to the hole. D'ch. Hm. Ach, wieder mal. Das war zu wenig. Hm. 9-footer, hier. So, we can do this. Waaah. Solid putt. We're in the hole. To save her. Oh, shit. Nice putt. We're in there. Hm. All right. Two under. The score to beat here. Hm. All right. Let's pop this in the fairway. Ja. Bitte. Huh. Yeah, yeah, yeah. Mach ma. Hm. Mm-hmm. Äh, echt? Oh, scheiße, ja. Hey. Hey. Oh, MICHAEL. Ich-I-I. So. Okay. Oh, che**. Hm, hm. Hm. Wenn ich jetzt direkt auf den Baum zielen, müsste ich ja eigentlich zwischendurch gehen. No pain, no pain. Do what you want. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich ein größer Film genommen und fertig. Next up. Mist. Geht das? Naja. Ein bisschen mehr? Oder? Nein! Das geht nicht. Na so. Äh? Warte. Ne? Ne? Aaaaaah! Aaaaaah! Stopp! Nein! Nein, damit ist gut. Ihhh. Der Flop ist es jetzt, ne? 90% machst eh von selbst. Aber ich sag's noch. 22. Hallo? Halt, Moment mal. 83%. 10 weniger sind's, ne? Äh, ja doch. Äh, ja doch. Äh, ja doch. Äh. Äh, ja doch. Äh. Da drin. Hast du das gesehen? Das ist beschiss. Ähm. Das Spiel rollt mich schon wieder. Äh. 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 Was geht jetzt ab? Äh. 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 Okay. Äh. 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 äh, Äh. Oh. Hm. Okay. Ach. Hallo? Ich will... Flop. Hallo? Nein. Oh Gott. Ich komm nicht hin. Es... Ich weiß auch grad nicht, von wo aus ich hingegangen bin. Pitch, Norme, Chip, Punch. Moment. Ha! 90 Prozent. 25. Hm. Wisschen weniger. Ich weiß auch. Aha. Duh. Wuh! Okay. 20 feet. To the car. Shhh. Oh, das war glücklich, aber es war einfach nicht. Sorry. Sorry about that. Nice. Let's see if we can save Par here. That would be nice. Almost had a birdie there. Just wasn't meant to be, I guess. Current leader is at 3M. Okay, here we go. There's still everything in there. Everything. And... There's a lightbulb. What? There was a lightbulb. Ah. I haven't seen anything yet. No. No? No? Uh. Okay. 2,45. Ich will drive. Das ist der gleiche wie vorher. Irgendwie. Das ist ganz genau der gleiche. Sogar mit dem gleichen Bunker. Da am Eck. Die kommen immer in die Kniekehle. Na sag mal. So. Genau. Auf die Scheune. Das ist mysteriös. Okay. Ich glaube das genügt. gut. Okay. Boah. Meinst du? Das glaub ich nicht. Gucken. Na. Okay. Noch weiter weg würde ich nie. Er wird den Wind. Ach ja, der. Ich probier das jetzt. Feel free. Nice Kontakt. Naja, wenigstens immer mein Rund. Nichts gut. Ich würde sagen, etwa 105 Yards oder so. Ja, Gegenwind. Weniger. 10%. Dick. Was? Das grölt jemand. 10% weniger. Ich ungefähr. Naja, machen wir mal so. Okay. Na. Aber grad. Ey, die. Irgendwann musst du drauf mal droppen, oder? Irgendwann. Irgendwann droppt er mal. Also. Dann tanze ich aber. Oder du. Nee. Nein. Aber irgendwas. Wenn der jetzt droppt. ist. Okay. Also es wäre ja auch sehr krass. Aber ey, gut. Aber weit. Anders ist das Problem. Ja. 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 Es wäre schon schön gewesen. Das war schön. Ja. 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 Ja, du verkackst jetzt. Ja. Ja. Jetzt. Next. Okay. Bitte. Okay. Gut. So weit geplant. 298, das ist eins sehr lang. Ja, insgesamt 600 Yards. Und ein Yard. Das bringt nicht wirklich was. Ein Yard ist kein Yard. Oder wer das Yard nicht ehrt, ist die Meile nicht wert. Weishalten Sonja. Das ist ein bisschen schräg, oder? Ja, gut, gut. So, dann zeig mir mal dein extra Yard. Ja. Ja, du bist ja ein bisschen weiter vorn. Okay. Okay. Ich halte immer die Luft an, wenn... Wenn? Wenn ich schlage. Ach so. Macht man das in echt auch? Was? Die Luft anhalten. Wenn man schlägt. Weiß ich nie. Ich hab noch nie gegolft. Äh... Ich denke mal schon. Ich glaub, das kommt natürlich. Ja. Beim Daten machst du das. Naja. Okay. Äh, wo sind wir denn? 45 Yards. Ähm. Als Pitch. Das geht doch auch aus Flop. Oder? Äh, das war zu weit. Nein. Äh, Quatsch. Nein, 40 Yards. Gibt's. Den nehm ich auch. Äh. Ach, jetzt hab ich mich wieder verfahren. Ja. Na aber, hallo. Ja. So, so. Hm. Oh, hier war's? Ja. Äh. Ich mach dich einen ewigem Kappen. Äh. Kannst auch floppen. Ah. So geil. Äh. Ne, kann ich nicht. 47, freilich kannst du den Schläger wechseln. Ah. Auf 45 geht er. Ne, auf 40. Äh, aber... 40 reicht aber auch. Na klar. Der geht weiter. Äh. Warum auch immer. Trotz Gegenwind. Das hat mich jetzt aber auch sehr überrascht. Nein. Das ist so. Na ja. Na. Gut. Okay, das nächste für Birdie. Aber das war nicht gut. Mach's jetzt wiederum. Hoffentlich. Nein! Na, wir haben ihn in! 4 feet, wir machen das. Nee, wird. Solid putt in there for bogey. Quite glad you made that putt. Way to drop that putt. Hä? Was? Drei Punkte, vier Löcher. Hm? Uff. Hör. Glitch. Hm. Ja, mit Driven, sicherlich. Uh. Uh. Ja. Thomas D. Rückenwind. So. Pff. Wie? Wie? Alright, looking good so far. Er nach links war schon... Hm. Hm. Your turn. Your turn. Mh. Mh. Oh, 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 oh. Wieso nur 92? Weiß nicht. Ich hab nicht deinen Darm. Warum nicht? Ich hab nicht deinen Darm. Hm. Hm. Hör. Ja, ne? Hm. Hm. Da war ich auch schon. Ja. 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 Jetzt hast du gereicht. Ja. 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 93? Hm. Good job. Und wir haben ein 27-Footer von hier zu der Cup. Oh Mann. Ja, das ist nicht schnell. Scheiße. Ach. Looking at a 19-Footer-Pot from here. Ja, nee, nicht so. Let's see if we can save power on this putt. Also, bitte. Wo ist eigentlich... Danke. Ich hab die Flagge eingeschaltet. Was? Oh Mann. Oh Mann. Nein, nein, nein. Oh, jetzt aber ist... Bäh. What? Double bogey jetzt? Mhm. Na komm! Das ist nicht die Wirklichkeit! Scheibenkleisen! Jetzt habe ich zwei Punkt für dich. Immer noch? Ah Gott, ein Punkt. Oh Scheiße. Oh, das habe ich verkackst. Oh, ich muss ihn wieder zurücklehnen. So ein Popel-Eck. Oh, wie bitter. Nichts spektakuläres. Da liegt ja schon ein Ball. Ach da was? Ja, ein Ball. Was zum Geier? Keine Ahnung. Okay. Da liegt was. Ein Ball. So was habe ich nicht verteilt hier. Nee. Ein Squirrel. Oh mein Gott, wir haben ein Tier gefunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer schießt das Squirrel ab? Oh mein Gott. Nee, so mach das. Oder? Yes. Nein, nicht der Bunker. Nein, nicht der Swaps. Oh. Oh nein, was mache ich denn? Ah. 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 Ich guck keine. 80. 78. Dann der Driver, das geht nicht mehr. Okay. Weit nach rechts. Oh. 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 Grün. 0 meilen aus süd eine 3 0 1 2 1 1 Unterregulation an this one, he sinked his next pot, and now we're cookin'. Man, always this white, white potch. White potch? Oh, no! Oh man, that was great, that was a great potch. Just didn't drop at the end. No, we're cookin'. You could have had your eagle there. For the bird. Next hole coming up. And for the bird. Please. Oh. Wow. And our current leader sitting at two under par. Also, for that it's so usual. Oh. Yeah. Yeah. Was hab ich denn da? Ach so. Ah. Okay. Also, das glaub ich nicht. Der geht hoch. Also. Okay. Und Schafen. Okay, you're in the lead. No pressure. Yep. Nice, should be in the fairway. Yeah, I stand corrected. It's the deep stuff for you. Okay, man. What? What? Hello. Okay, yeah, we found you in the rough, but I don't think that it's in the deep rough. Nice. Alright, we got a 22 footer. Let's see if we can do this. Okay, about an 18 footer here. Okay. Oh. Wie fies war das denn jetzt? Ja. Der untere ist schneller. Oh, dann ist da wieder einer. Oh. So. Okay, we got a 3 footer here. Well, I'm happy to move on. Was? Ja, ich auch. Danke, John. Ah. Nyeh. Ja, da ist nichts zu machen. Du hast noch eine Chance. Ja. Okay, next stop fairway, right? Ja. Und da wartet das Clubhaus. Na jo. So schaut's aus. Uh. 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 Na ja, ich mein von hier aus bis zum... Ja. Meine Hand wird zu groß und... Rippet, rippet, rippet. Let's go. Hehehe. Dun dun. Hehehe. Okay. Das war schon mal ganz nice. Na... So. Hm. Ach Mist. Dots. Äh. Sweet. Sweet. Ja. Aha. Okay. Na gut. Äh. Ja. Zehn Prozent weniger und das ist es. Äh. Äh. Nja. Nein. Nein. Du Sack. Toll. Du Sack. Du Sack. Ach. Ich tanze nicht. Ähm. Es war nicht von Puri. Oh na. Ich hab's. Gesehen. Gesehen. Naja. Nächstes Mal wieder. Hast du das gesehen? Ja leider. Habt ihr das gesehen? Was sagst du zum Kurs? Ja, mir ist jetzt ein bisschen 94 Grad wegen Türen. Oh. Na fein. Ach komm, ich geb den voll Power. Ich find den voll geil. Naja. Es ist wie ein Facebook-Post von sich selbst ein Like zu geben. Ich weiß nicht, wie es beim Golf-Cut läuft. Aber egal. Das war wieder nett. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis bald. Jo, tschüss.